ja hallo heute haben wir ein thema das eigentlich gar nichts mit make-up zu tun hat und doch so viel es geht um unsere erscheinung wenn wir im home office arbeiten was jetzt in aller munde ist und was uns denke ich mal in der zukunft noch viel mehr begleiten wird ist das arbeiten im home office und im augenblick gehen viele ratschläge durch die medien dass man doch wenn man im home office arbeitet sich möglichst adrett kleiden sollte wie man es gewohnt ist und ich glaube das ist ein wenig an der realität vorbei insbesondere wenn man an frauen denkt die jetzt auch noch ihre kinder zu hause betreuen müssen und die einfach einen ganz anderen tagesablauf haben da ist nicht immer zeit um eine halbe stunde lang im bad zu stehen und sich super adrett zu machen nichtsdestotrotz heißt es nicht dass wir uns gehen lassen sollten ganz im gegenteil wir sollten uns mehr zeit nehmen um uns zu pflegen denn pflege oder gepflegt auszusehen finde ich viel viel wertvoller als immer perfekt geschminkt auszusehen deswegen gebe ich euch heute ein paar tipps wie ihr mit ganz ganz wenig make-up innerhalb von zwei drei minuten fit aussieht so dass selbst wenn eine videokonferenz ansteht ihr auf alles vorbereitet seid gut und gepflegt aussieht und trotzdem sehr sehr leger und sehr natürlich aussieht es geht los also bevor ihr einen schreibtisch geht solltet ihr einfach eure haut schön reinigen vielleicht ein peeling machen eure lieblings creme auftragen und danach wirklich nur die stellen die negativ hervorragend also augenschatten kleine unreinheiten pickelchen sanft updaten ihr seht das ist hier mein kleiner ein kleiner schatz mein haupteckstift mein concealer und den trage ich wirklich nur um die augen auf und wenn ich ein kleines pickelchen habe ein bisschen schritt nummer zwei ich ziehe einfach nur meine augenbrauen nach mit dem augenbrauen stift geht das super leicht das ist eine sache von zehn sekunden und beide augenbrauen sehen ein bisschen aufgefüllter und korrekter und gleichmäßiger aus schritt nummer drei ein lippenstift lässt euch direkt etwas strukturierte aussehen etwas gepflegter aussehen die engländer haben so ein schönes wort das heißt crisp also so wirklich knackig korrekt und genau das macht ein lippenstift und den trage ich jetzt auch mal auf das ist hier bei mir die nuance charm das ist der lux lippenstift und der passt halt einfach gut zu den sachen die ich heute trage grau hier ist so ein ganz leichter rosa stich mit drin und ich mag das einfach wenn wirklich alles ton in ton ist ach ganz nebenbei die haare sollten auch liegen also achtet darauf dass er nicht im zottel look aus dem bett direkt an den schreibtisch geht sondern dass eure haare auch einigermaßen gepflegt sind frisch gewaschen und und ordentlich liegen was dann das ganze abrunden ich nehme tatsächlich keine mascara damit es wirklich sehr natürlich aussieht ist ein bisschen schmuck ein bisschen schmuck hübsch direkt auf geht innerhalb von sekunden und macht dann erscheinungsbild komplett rund also es rundet wirklich alles ab was du schon aufgetragen hast was so einen farben an deinem körper hast und deswegen solltest du deinen schmuck so wählen dass er harmonisch mit dir und mit der kleidung die du trägst übereinstimmst also bei mir ist das jetzt ich hoffe es stellt jetzt scharf hier einfach so eine kleine kette und ein paar ohrringe also beides ihr seht das schon in relativ natürlichen grau und auch rosä tönen und last but not least wenn ihr so ein handsprecher wie ich seid also da wirklich viel rumfuchtelt wenn ihr dann in einer videokonferenz seid ihr müsst nicht unbedingt nagellack tragen aber was ich mag ist schon dass die hände gepflegt aussehen also das heißt ich trage dann auch immer eine handcreme auf so dass die hände wirklich schön gepflegt sind handgelenke nicht vergessen sonst sind die nachher trocken und das ist einfach das was man braucht um einigermaßen an die arbeit gehen zu können um sich selbst wohl zu fühlen und selbst wenn plötzlich eine skype konferenz oder eine videokonferenz über zoom anberaumt ist seid ihr sicherer wenn ihr euch wohl in eurer haut fühlt wenn ihr gepflegt aussieht und ja wenn ihr in euch ruhe sozusagen auch optisch menschen möchten menschen sehen echte menschen das macht liebenswert es zeigt dass ihr keine rolle spielt sondern dass ihr euch einfach wohl in eurer haut fühlt und so könnt ihr in den tag starten produktiv sein arbeiten kreativ sein und euch wohl fühlen und bis dahin kommt gut durch die zeit bis bald und bis bald